Ich habe die Veranstaltung sehr inspiriert, eben weil ganz, ganz viele verschiedene Branchenteile immer da waren und man die 55 Thesen oder auch die neuen, die wir aufgestellt haben, somit aus ganz verschiedenen Blickwinkeln sehen konnte. Das hat mich sehr inspiriert und das nehme ich auch in die Verwarnungsarbeit mit Druck und Schaube vom Landesverband Bayern dafür umsetzen können, an Serviceleistungen für unsere Mitglieder. Dankeschön!